Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Florian. Ich bin auch bekannt als der Bike-Guru des Zweiradsender Stahlers. Heute habe ich einen herausragenden Motor dabei, der in der neuen Generation in sehr, sehr vielen E-Bikes verbaut wird. Und zwar der Panasonic-Motor. Er ist sehr leistungsstark mit bis zu 95 Newtonmeter. Er hat eine wahnsinnige Beständigkeit. Das heißt, der Motor läuft, egal ob es warm oder kalt ist, ob ihr viel oder wenig tretet, immer im gleichmäßigen Rhythmus. Und vor allem, er ist sehr belastbar. Die Hersteller geben aktuell eine Belastung von 25.000 Kilometer auf diesen Motor an, was circa 30 Prozent mehr ist, wie andere Motoren von anderen Herstellern. Und für mich einer der herausragendsten Gründe, beziehungsweise der vierte Grund ist, alle Panasonic-Motoren werden mit dem neuen FitControl ausgeliefert. Das heißt für euch, ihr könnt mit verschiedenen Display-Variationen, mit verschiedenen Akku-Variationen und mit verschiedenen Software-Variationen das E-Bike komplett auf euch individualisieren. Und wenn euch mal eine kleine Vorstellung des Panasonic-Motors gefallen hat, bitte ich euch doch, bei Interesse in die jeweiligen Shops einen Verkäufer zu nehmen und diese Fahrräder einfach mal Probe zu fahren, beziehungsweise die Displays auch mal richtig erklären zu lassen. Bis zum nächsten Mal.